Hier spricht Käpt'n Spiesen und zusammen mit der Gesamtbesatzung beim ersten Offizier, Thorsten Kriegsmann und dem Kabinenteam unter der Führung von Frau Susanne Piro und Frau Stefanie Offen. Freuen wir uns, dass Sie heute an Bord sind und werden dann auch gleich sehr pünktlich hier loslegen. Alle Töne sind bereits geschlossen, erwarten noch die Startfreigabe und dann werden wir hier auch sehr kurz zur Bahn 15 rechts rollen und mit 6 Stunden 20 Minuten 5 Seiten laufen, die sehr pünktlich hier in Frankfurt ankommen. Und da wir in Frankfurt nicht vor 5 Uhr Ortszeit landen dürfen, kann es sogar sein, dass wir hier noch ein bisschen warten müssen auf unsere planmäßige Anflugzeit, die ja auch erst in 25 Minuten beginnt. Deswegen machen Sie es bequem. Ich wünsche Ihnen einen Angenommenen an Bord. Genug schon Platz ist ja heute. Gut für Sie. Für unsere Zahlen nicht so, aber wir nehmen das heute mal so hin und freuen uns, dass Sie überhaupt erschienen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Flug und wünsche Ihnen wohl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Flug. Ich wünsche Ihnen einen schönen Flug. Ich wünsche Ihnen einen schönen Flug. Wir wünsche Ihnen einen schönen Flug. Wir wünschen Ihnen einen schönen Flug. heute und wir sind bereit zu gehen. However, due zu den night curfew restrictions in Frankfurt, es macht keinen Sinn, dass wir hier hier bevor die nächsten 10-20 Minuten sind. Also, bitte machen Sie sich komfortabel. Meanwhile, wir estimieren die Flugzeit mit einem starken tailwind von 6 Stunden und 20 Minuten später nach Frankfurt, damit wir dort auf 5 Uhr landen, genau in Frankfurt. Make yourself comfortable. Wish you very much to stay on board. Good to have you here. Enjoy the flight with us.